älter bin als du, du Süßchen. Ja, na und? Was soll das bitte heißen? Wie alt bist du denn? Das Einzige, was du je erlebt hast in deinem Leben, ist, wie man Sauerkraut isst. Du bist einfach so ein 40-Jähriger am Alten. Ja, genau. Die ist jetzt schon weiß, Alter. Die ist einfach weiß. Ja, aber die ist jetzt schon weiß. Boah, ein Match gefunden. Scheiße, jetzt geht's los, Alter. Und damit willkommen zu Overwatch, meine lieben Freunde. Die lustigen Gespräche vorher. Ja, der zweite Part, Lucio Boy, sollte eigentlich mal früher kommen, aber ich dachte mir so, nee. Ja, besser später als nie. Du bleibst ein Tor. Ich bleib ein Tor und mit Mr. Prinzessin. Hopp. Oder Mr. Prinz dem Arsch. Ja, hi. Und so. Der Typ, der bei der Gamescom dabei war. Jetzt wisst ihr auch alle, wer er ist. Ich hatte ja auch nicht vorher mit ihm schon ein Video. Und ihr müsst einfach sagen, ich bin einfach Manuel Neuer. Das müsst ihr mal einfach so ganz krass sagen. Und ich glaube, Overwatch ist zu laut. Hopp rein! Ja! Ah! Mr. Prinz hat ein Tor geschossen. Unglaublich. Unglaublich. Da seht ihr das unglaubliche Tor von... Oh, mal da. Und weggeholt. Zack. Boots à la Prinz Müller, Alter. Goal. Sau gut, Junge. Ja, sehr gut. Ich bleib ein Tor. Bleib mal. Macht's mal lieber. So, let's go. Ich nehme das Ganze im Fenstermodus auf. Das bedeutet, ich kann viel schneller auf alles zugreifen. Und ich... Es ist alles für euch. Es ist alles viel angenehmer. Boah, wer krass, wenn der reingehen würde. Boah, ne. Du hast dich gerade schon gefreut. Genug, Alter. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Der geht... Oh, der ist fast rein. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Rigo. Es ist noch... Ist doch noch nicht zu spät. Ich lasse uns noch ein bisschen tanzen. Los, kommt. Nein. Komm schon, ob wir das Ding rein. Wir gewinnen das sowieso. Da brauchen wir überhaupt nicht mal lange so fackeln. Ja, genau. Das ist wie Deutschland gegen... Brasilien. Uruguay, Alter. In Brasilien dachte ich. Hopp rein! Nein! Ich mach den jetzt rein, Mann. Mach das mal lieber. Mach das mal lieber. So, zappen. Komm. Schafft was. Hopp, schafft was. Das ist sein Status, Alter. Komm schon. Alter, das... Okay, jetzt muss ich eingreifen. Bringt nichts mehr hier. Warum? Ja, dann geht da rein, Alter. Du musst Manuel Neuer bleiben. Bin ich doch. Bist du nicht. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. War das cool gehalten, wenigstens? So, ich mach die ganze Scheiße einfach easy mit links. Ihr müsst wissen, ich bin der beste Spieler auf diesem Feld. Ja, nach mir. So sieht's aus, leider Gottes. Alter, das war so scheiße, ne? Alter, bitte, komm. Nein, du Arschloch. Nein, das sehe ich nicht dein. Oh, jetzt geht er rein. Nein, geht er nicht. Fuck. Wenn du den reinmachen kannst, dann musst du schon ein bisschen was gehen. Der hat's verkackt. Der Dumme. Boah, wie oben die Fahnen wählen, Alter. Alle Reger auf Anschlag. Nein, geh doch rein. Lauf. Mann, ey. Hä, warum? Ich will kein 1-0, das soll schon ein bisschen spektakulärer werden. Und auch kein 1-1. Oh, fuck, Alter. Das sollte meinen Maul nicht aufreißen, Alter. Weg damit, du machst den Ball nicht rein. Lauf. Ich hab, äh, Ulti bereit. Sehr gut. Weg damit. Nice, nein. Oh, Gott. Du hast eigentlich... Alter. Du hast eigentlich der andere Spieler. Warum steht er so vorne beim Tor? Nur noch eine Minute kommt. Das ist der Sack. Aushalten. Komm, schieß. Hopp, schaffen was. Nein, ich arsch. Das war richtig. Weißt, was bei euch da vorne passiert, aber irgendwie... Irgendwie bin ich mein... Ach, fuck, Alter. Nee, du bist so schlecht dafür. Das ist einfach geil gewesen. Der Prinz kommt rein und siegt einfach nur. Der Prinz ist einfach nur schlecht. Komm schon. Alter, weil die alle blocken die Nutten. Komm. Ja, es geht jetzt ab. Hat er sein Ulti eingesetzt? Wenn ja, hab ich's nicht mal gemerkt. Alter, wie er den Ball weg macht. Und jetzt gehalten hat. Und nochmal gehalten hat. Und nochmal halten muss. Alter, was ist denn los hier? Meine Fresse. Ich nenne den Parts einfach Prinz Neuer. Boots. Nein, der hat mein Schuss nicht mehr gest... Wenn man mit mir spielt, gewinnt man. Du bist da drin, das Highlight des Spiels. Das ist ein Gerücht, Alter. Wenn man mit dir spielt, verliert man. So, Highlight des Spiels. Schaut man jetzt nochmal den schönen Torschuss von Mario an. Weiß nicht, ob das war. Ich glaube, aber schon... Ja, das war der. Erstmal so... Gestraved, Alter. Gejumpt. Und dann... Und dann... Und dann hat er sich gefreut. Oh, wem... Wem geben wir da die Punkte. Oh. Einfach episch. Ein-fach... Episch. Geil. So, der Mr. Prinz... Weiß halt einfach, wo es lang geht. Und ich würde in diesem Part noch eine Lootbox bekommen. Das ist sehr schön. Dann können wir live im Part eine Lootbox öffnen. Sag mal, ist es denn wahr? Wäre geil, wenn ich auch mal eine bekommen würde. Ja, Alter. Schon wieder so lange her. Jetzt geht es erstmal weiter in der nächsten Runde Lucio Ball. Danach machen wir, glaube ich... Danach machen wir noch eine normale Runde. Jo. Aber das dann in einem anderen Part. Vielleicht. Aber ich denke schon. Dum, dum, dum. Ist auch gerade die späteste Zeit, die je aufgenommen hat. Das ist eigentlich... Guck mal, Lucio voll den Wix-Fleck an seiner Hose unten rechts. Das stimmt, hat er auch gerade gesehen. Voll der verwichste Type, ey. Der richtige Pisskopf. Wie kann er es wagen? Er muss das... Ich bleib im Tor. Mach das mal, lieber. Erstmal. Das ist die spätste Zeit. Wir haben gerade Viertel nach eins. So spät habe ich noch nie aufgenommen. Juuu. Das bedeutet, wir haben fast zwei... Uah. Fuck, Alter. Ich sollte eigentlich schlafen. Nein, komm, gut. Sehr gut. Aber Mr. Prinz und ich sind halt zwei geile Typen, die halt auch über die Nachts geilen. Ja. Nur für euch. Nur für euch. Nein, eigentlich nicht. Ihr seid eigentlich unwichtig. Nein, Spaß. Los, komm. Ihr kennt mich auch. Ich mache immer Jokes mit euch. Nein! Ich bin Splack, Alter. Bats, Alter. Geil. 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 Da, der war der von mir. Und dann, Alter. Nice. Und da komme ich angejumpt, Alter. Rein. Waser Typ, ey. So, wer ist im Tor? Rigo. Rigo. Ah, nee. Wir müssen gucken. Guck mal, ob der im Tor bleibt. Er bleibt im Tor, tatsächlich. Sehr gut. Dann bleibt er auch drin. Sehr gut. Es kommt, Alter. Raste nochmal aus, Alter. Bats. Alter, mein PC ist laut. Ich wundere es nicht, wenn ihr das sogar hören könntet. Heilige Scheiße. Was geht denn da gerade ab? Ich habe gerade einen Kopfhörer weggemacht. Alle die Lüftung hat sich an, als wird da drin gerade was. Pass mal. Rum. Open Broadcaster, falls ihr das hört und ihr Tipps braucht, by the way, mal eben. Ich habe das Gefühl, dass neuer Open Broadcaster, das zieht viel mehr Energie am PC. Der quallt gerade ist unglaublich. Halt ihn. Geil. Oh, er kann sich da rein, oder? Nein. Ach, schade. Aber ein PC muss auch mal arbeiten. Also, weiter geht's. Komm. Sehr schönes Tor. Fuck, Alter. Der wäre reingegangen. Aber wir haben es gehalten. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Tekton, halte. Sehr schön. Aber er macht seine Sache gut hier. Der Tekton, oder wie der heißt. Tekton. Das stimmt, Alter. Das ist Rigo, Alter. Der ist einfach gut in dem Spiel. Giriigo. Der Helikopter. Guts. Schaut mal bei Giriigo vorbei. Nee, mach das lieber nicht. Nee, mach das lieber nicht. No. Das ist nicht schön. Das spiegt schon so unseriös. Ja, das ist auch so unseriös. Du musst dich den eigenen Weg hochkämpfen, Alter. Wie es jeder gemacht hat. Wie es das jeder gemacht hat. Ach so, die... Ja, vor allem die ich. Einfach auch nur profitiert von anderen YouTubern, die mein Spiel gespielt haben. Ja gut, aber das Spiel kommt von dir. Hopp, vorne mit. Hopp, schaffen wir es. Wo ich versuch was. Nein. Kannst du vor? Das wäre so schön gewesen. Ja. Das wäre richtig geil gewesen. Ja, so geil. Fast so geil wie deine Schwester gewesen. Was? Ja. Was geht denn jetzt ab? Ulti-Spam. Das ist echt so. Aber ich kann es ja auch nochmal machen. Nein, Alter, ganz knapp. Du hast ihn einfach... Du hast den Ball. Du hast den Ball. Scheiße, Scheiße. Die Hände der beiden Typen. Die sind aber irgendwie... Die kommen gar nicht in unser Feld, ne? Bestimmt. Die machen die ganze Zeit nur so Boateng-Schüsse. Hm. So einfach kriegst du mich nicht. Los, komm. Nein. Tekton, schießt die Kacke weg. Wichse. Nein, nein, nein. Nein. Scheiße, Mann. Egal, wir haben das ja in der Tasche. Bisher. Ja, bisher, ne? Du weißt schon, was die letzte Runde mal passiert ist überall. Alter, hör auf. Fuck. Oh mein Gott, der Jump war genial, aber... Ich hab's doch nicht bekommen. Ja, manche... Tore, die man verdient hat, kommen trotzdem nicht zustande. Ist halt einfach eine Sauerei, das Spiel. Aber ich mach noch eins rein. Nein! Mann, Alter, ich hätte früher Schieffel. Egal, gewonnen. Geil, Alter. Aber ihr habt's in der Aufnahme gesehen. Guck mal, wie Miroslav Klosig noch dran war. Aber wir haben gewonnen. Sehr schön. Wie lang ist die Uflau jetzt eigentlich? Gucken wir doch immer schön das Highlight des Spiels an. Ey, guck mal. Ich hab übrigens den Brasilienskin von Lucio, obwohl ich Brasilien eigentlich voll zerfetzt wurde. Aber egal. Guck dir dieses geile Torn von Mr. Prinz vorbereitet und dann reingemacht. Rein. Kerngedanke. Rein. So. Geben wir mal dem Robin die Punkte. Sehr schön. Gebe ich dem anderen Punkt einfach aus nächstem Leben. So. Ja, aber es kommt jetzt nichts mehr zustande. Alter, wir haben als elf Minuten, da können wir locker noch eine Runde machen. Na, la, ha. Dann machen wir das mal lieber. So, das Match bewerten wir es mal mit Plus. Also es werden sehr schönes Rund. Stufe 23, eine Lootboxein, da werde ich das Match verlassen, aber mit einer Gruppe, bedeutet Mr. Prinz schickt mich raus. Und dann werden wir noch live eine Lootbox öffnen. Eine Sommerspiel-Lootbox wohlbemerkt mit... Oh mein Gott, dass das lilan ist. Aber, naja, das ist ja ein Spray-Logo, oder? Oder, ne, ähm... Ein Highlight-Interview-Tracer. Ja, ja, stimmt, genau. Oh, und das ist sogar das, wo sie ihren Arsch am Anfang so hochhebt. Ah, okay. Geil. Dann hat es sich ja schon gelohnt, ne? Das ist echt so. Guckt euch das an hier, guck mal so. Wie sie den Arsch einfach so hochhebt, die geile Sau. So, hier ist noch ein Barriere-Spray. Hallo Welt, das ist cool. Und dann habe ich noch einen roten Skin für Winston, roter Planet. Sieht komisch aus, aber ich rüste ihn mal aus. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, sag das. Spricht er mir aus der Seele, der... Lucio Ball, baby. Aber echt mal, was hat der Lucio da in seiner Hose gemacht, ey? Ist ja sau eklach. Ohne Scheiß, ey. Dann kann er so ein Fotoshooting beginnen. Ja. Vielleicht ist es einfach ein Schweißfleck von Sau. Ne, es sieht auch so rötlich aus, als hätte er irgendein... Weiß nicht, okay, jetzt ist es... als hätte er seine Tage gehabt. Oh, also der Tag. Vielleicht ist Lucio ja... ne Frau. War mal ne Frau. Weiß ich nicht. Das kann man ja nicht erfahren. Ne. Das kann man echt nicht erfahren. Weil ich glaube, die Tussi im Hintergrund, die war mal ein Mann. Da bin ich mir fast schon sicher. Ganz im Gegenteil von Tracer, ne? Bleib du mal am Tor. Okay, ja, obwohl du da stehst. Okay, komm, ich geh ins Tor. Das recht. Ja, ich war jetzt die letzte Runde die ganze Zeit. Ich muss mal wieder das erleben. Alter, nein, Alter. Das ging so schnell. Alter, ich will gerade zurücklaufen. Wie soll ich den da machen? Guck dir das an. Guck, ich lauf gerade zurück. Ja, aber guck mal. Oder weil... Und dann guck... Wie ein Fischkopf. Egal, jetzt... Jetzt müssen wir gewinnen, Alter. Das war ich feindlich. Scheiße, alles. Schau aus. Ne, das schneiden wir nicht raus. Alles hier nicht gestellt und... Ne, ihr muss alles live sein, Alter. Das mögen die Leute doch. Wenn überhaupt Leute Overwatch gucken. Ob vor... Ich denke aber schon. Ein paar Lutzschau uns immer auf. Alter, ey. Das war so knapp. Das war schon... Das war schon wieder mehr Lack als verstanden. Oh, krass. Bin da mich auch gekommen. Spring. Oh, nein. Hit... Oh, nein. Alter, Alter. Alter, war der knapp. Alter, was habe ich gerade für ein Wort gesagt? Stopp. Oh, der geht rein. Ey, Mario, was habe ich gerade für ein Wort? gesagt. Damit... Ey, scheiße, ist aber schon echt viel besser. Scheiße, nein, ich... Oh, Mann. Scheiße. Ich war gerade so eingel... Guck mal, wie schlecht er jetzt sagt. Geh du mal in den Store, Alter. Ich kann das nicht. Ja, gleich morgen als erstes. Ey, das war aber echt so, was ich da gerufen habe, weil ich ihn auch so knapp mache. Das war kein Manuel Neuer. Ne. Vor allem Manuel Neuer ruft nicht sowas einfach um Schlachtfeld. Komm schon. Komm schon. Der geht rein. Oh, oh, krass. Alter. Warte, aber der geht rein. Glaubst du das? Glaubst du das? Ey, es ist einfach Mr. Es ist einfach Mr. Prinz. Der kommt nämlich umsonst in den Club, denn er ist A. Und der Prinz muss halt nach den zwei Toren das einfach wieder rausholen. Unglaublich, ey. War schon wieder im Tor. Soll das. In aller Haupt, dann bleib ich mal lieber drinnen. Hast ja eh ein Tor geschossen ins Torwart. Und hast nicht mit komischen Beleidigungen um dich geschrien, hat den Ball trotzdem verkackt. Komm schon. Warte, warte, warte. Den habe ich. Oh, rein, rein. Ich nenne den Pad einfach Manuel Prinz, Alter. Das war ein bisschen unnötig. Ich dachte, der geht rein. Also jetzt war es ein bisschen übermütig, du bist doch. Also das sehe ich jetzt auch nicht. Alter. Ich habe es doch noch berührt. Warte mal, ich will jetzt sehen. Das will ich auch sehen. Alter, guck mal, der Ball da dreht. Ich habe noch kurz berührt, glaube ich. Ja, die Sackhaare waren noch dran. So. Du bist im Tor. Alter, nein. Ich war am Anfang mal gut im Tor, jetzt nicht mehr. Oh, krass. Aber er hat mir voll den Ball verkackt. Du, 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 du. Außerdem entschuldige ich teilweise die Ausdrucksweise. Es ist halb zwei nachts. Du müsstest das mal verstehen. Deswegen ist das okay. Vollkommen okay. Halb zwei nachts. War ein langer Tag. Fuck. Alles chillig. Gut. Wo ist der Ball? Ah. Weg mit dem Teil. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Was geht gut ab? Jetzt wird's massiv. Alter, wie mich der Pisskopf hier einfach wegdrückt. Verpiss dich mal. Alter, lauter. Hauptball der Tor noch rein und dann noch einen. Und dann haben wir Verlängerung. Aber so können wir jetzt nicht abkacken. Mach doch mal rein. Die ganze Zeit. Alter. Ich hab das von ihm beobachtet. Hammer Brawl. Junge, wir müssen noch ein Tor machen. Schaffen wir das in einer Minute? Jo. Mal gucken, ob wir jetzt im Tor sind. Boom. Hoffe du. Na, halt mal den Ball. Ich hoffe, der andere, damit wir... Oh, fickt euch doch, Alter. Jawohl. Siehst du, das Spiel will aber nicht mehr, dass du mitspielst. Das Spiel ist viel verkackt. Der Torwart ist ja auch voll unwichtig. Na ja. Steh auf, was geht Mario? Gib Gas. Was geht denn? Ich hab Ulti, ne? Vielleicht soll ich die mal nutzen. Ja, ich weiß nicht. Hopp. Vor damit. Vor, vor, vor. Nein. Alter. Nein. Alter, dieser Pisskorb. Ach, Mann, ey. Lass uns aber auch einfach nicht zu, ne? Nee, guck dir das an. Die Ulti von dem alten Typ von unserem war irgendwie nicht so geil. Das war ich, die Ulti. Und der eine Typ hat ihn doch wieder zurückgekickt. Das war schlecht. Ja, das war irgendwie scheiße. Das war es nicht, du. Los, Gas. Wir schaffen zwei Tore in 30 Sekunden. Zwei Tore, Alter. Das mach ich jetzt. Ich mach das Ding jetzt rein. Mach's fünf Tore, Alter. Fünf. Los, komm, wir machen jetzt noch Brasilien. Das Ergebnis, komm. Jetzt, was ist das? Nice, rein. Nice, Alter, nice. Scheiße, Alter. Nice, Mann, Tor. So, jetzt, komm. Go, 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 Alter. Los, komm, komm, komm. Los, 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 Alter. Ich glaube, wir müssen jetzt alle draufstürmen. Ich bleib auch nicht im Tor. Alter, hopp. Alter, dann machen wir das. Das machen wir jetzt. Komm, Alter. Rush, rush, rush. Rush, boy, rush. Nein. Schieß. Schieß nach vorne. Was macht der? Nein. Ja, das war's. Nee, ich mach ihn jetzt rein. Oh, der ist noch drin. Nein. Fuck. Alter. Der ist doch drin. Der wäre drin gewesen. So eine Wichse, ey. Ey, ohne Spaß, weil der noch in seinem scheiß Highlight am Ende noch Sprung ist. Fuck, Mann. Ach, was war das denn für ein Gut? Das war ein Scheiß-Tor, Mann. Ja. So ist das. Vielen Dank fürs Zusehen. Alter, wie krass war das jetzt am Ende? Der geht noch rein. Der geht noch rein. Oh, so zerbröselt der Kicks nun mal. Ja, das ist echt so weiter. Mann, ey, das war so super. Das war ein geiles Match insgesamt. Das letzte war wirklich sehr spannend. Ja, das war wirklich spannend. Insgesamt drei coole Matches gehabt. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem... Das ist echt so. Mit zwei coolen Dudes. Jo. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut euch noch hier die wunderschönen drei Kandidaten in den Sommerspielern an. Ihr werdet nicht mehr lange sehen, denn am 22. Ende die Sommerspiele, also morgen für uns. Ich weiß gar nicht, wann ich die Aufnahme hochlade. Will es hier herausstellen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Schaut bei Mr. Prince vorbei. Der macht coole Spiele. Und tschüss. Ciao.